Kiez-Lexikon Was glaubst du, was ich in meinem Huschen für Ausgaben hab? Ja, die liegen die ganze Nacht auf dem Rücken rum und ich renn mir die Hacken krumm. Alle zwei Wochen zum Fisch, Doktor. Aber das ist alles klar, Doktor, ficken auf Krankenschein ist nicht. Dann einmal in Jahr Silikon nachtanken und ein Rostklopfen beim Charmpiercing. Das ist ne echt männliche Aufgabe. Ey, Dirne. Und gefährlich ist das, kugeln links, kugeln rechts, Mann, da kannst du gar nicht so schnell gucken wie den Fisch in Gute Nacht sagen. Da gibt's nur eins, was so sein muss. Skrupellos, gemein und hart. Hey Mädels, kommt mal rüber, Stuten-Andi ist da. Stuten-Andi, ja, das heißt Stuten-Andi, merk dir das mal. Der letzte Lude. Das ist nechter Lude.